Was ist denn? Normalerweise ist das Ding auch voll unbrauchbar oder? Hat nur die Moddrops halt angezogen ansonsten Auch voll voll unbrauchbar Naja Wir lassen es einfach dabei Hier ist noch alles tuttig 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 Was ist das? Oh Gott das will Das war das Was ist das? Gewitter hab ich noch nie erlebt Ja nicely Oh Gott das tut mir so leid wenn ich die da so sehe Und noch Häuschen und sowas Ja Wenn ich jetzt weiß was mit den Bäumen jetzt ist Sind die jetzt kaputt? Habt ihr es gesehen? Ich hab es gesehen Ich hab es genau gesehen Aber sind die jetzt kaputt oder? Die jeden Mal Ja Müsst du diesen Strauch ziehen? Ist doch kein Strauch. Aber, ob der jetzt tot ist oder sowas, sagt er mir jetzt auch hier nicht. Na ja, warten wir mal drauf, wa? Weisler, das ist ja gut. Chill mal dein Leben. Du guck mich so scheiße. Na hoppala, da bin ich erst mit meinem Kopfhörer gegen das Mikro gekommen. Ich bin vollkommen ratlos, wie eh und je. Was zum Leck mich tot soll ich denn machen? Och, die Chica geht's nicht gut. Och, warum geht's deine Chica nicht gut? Och, Chica. Och, nein, du kannst es fehlen. Moggeln. Kleine, perverse Drecksau, ey. Wo ist der Mann? Da kommst du an und sagst, ich sei dein Leben. Hast du niemals angeglaubt, dass wir bei dir wirklich wählen? Fack ich Knie auf den Boden. Was soll jetzt noch schlimmer werden? Ich hab dich geliebt, dieser Track ist für dich. Dieses Loch, was jetzt ist, ist größer als vom Messerstich. Ich bin ehrlich, es kann nie was zurück. Ich liebe dich noch immer, doch uns fehlt nur das Glück. Du verbürst mich. Sag mir bitte, was ich glauben soll in deinen Augen. War diese Beziehung doch nicht immer toll. Es hält mich schwer, dich los. Ich liebe dich, kann es dich fassen. Das ist für die Chica jetzt. Geht mal weg. Die Chica ist unglücklich. Wir sind ein Wunder des Horizonts. Alles ist aus. Ist das einfach für dich? Alles weg zu schmeißen? Nein, für mich nicht. Menschen verändern sich. Ist es das wert? Irgendwo in mir hoffe ich, dass du zurückkehrst. Zwei Jahre hin. Zwei Jahre her. Ich liebe dich, doch du machst es mir schwer. Ich will dich hassen, verblufen. Ich will wiedersehen, doch dann kommst du an und sagst, ich sei dein Leben. Zwei Jahre hin. Zwei Jahre her. Ich liebe dich, doch du machst es mir schwer. Ich will dich hassen, verblufen. Ich will wiedersehen, doch dann kommst du an und sagst, ich sei dein Leben. Die Rollens haben es echt nicht leicht Soll ich mir vielleicht einen abgesperrten Bereich für die machen VIP Launch Wo dann alle ganz neidisch rüber gucken Ja nur die reinlassen Die sie wollen So Genug scheiße gelabert für heute Dortmund So ich habe noch die 6 Butterblumen Wahrscheinlich kommt kein Bienchenvieh Weil es seicht Da ist immer noch der Donut Der kommt aber nicht rein Ich weiß nicht was ich machen soll für den Donut Ich habe jetzt ein paar Pinatas weggegeben Ist schlecht gewesen Am liebsten würde ich gar nichts tun Außer den Tag rumzusitzen Der ist schon wieder weg Ey mehr hohes Gras kann ich nicht machen Leute Ey ich verstehe es nicht Du hast dir das Problem gemacht Und ganz ehrlich Ich hätte gehofft Dass du es einmal schaffst Einmal wieder Farbenseh Ich meine nicht im Kopf Mir leid Baselgang ist nicht da Und du fällst in ein Loch Man ich sag es dir doch Spül den Dreck weg mit alt Du bist 16 Und sagst du dich noch nicht so alt Komm wir kippen zusammen Beim besten Willen Du Baselgang komm hier rüber geflogen Ich hab 6 Butterblumen Die Welt fühlt sich weiter dreh auf ohne dich Hinterlass was damit jeder weiß wer du bist Und wenn du nicht mehr bist Wurz ich mich verarschen jetzt Ich hab 6 Scheiße wie drauf kann man sein Die Welt fühlt sich weiter dreh auf ohne dich Hinterlass was damit jeder weiß wer du bist Jetzt bin ich verarschen jetzt Oh Leute Jetzt kann man da drüber weil er die ganze Zeit gegen die Gegen die gegen die gegen die Wo ich da geflogen ist oder was Ist mir jetzt auch egal Weisler Wie auf den Kranz Baum ist immer noch kaputt Du hast Besuch von einem Baselgang Ach jetzt hab ich erst einen Besuch von Baselgang Das ist ne scheiß Vieh Baselgang Besuch Info Die Träume scheinen tot und vielleicht bin ich nächstes Jahr schon auf einem anderen Boot Einfach weg In dieser Besuch von Baselgang Der war doch schon mal hier im Garten Zoll der Rotz Die Welt fühlt sich weiter dreh auf ohne dich Hinterlass was damit jeder weiß wer du bist Sü Wenn du nicht mehr bist Meißelich auf den Stein Er war 16 Scheiße wie drauf kann man sein Die Welt fühlt sich weiter dreh auf ohne dich Hinterlass was damit jeder weiß wer du bist Level Und wenn du nicht mehr bist Meißelich auf den Stein Er war 16 Scheiße wie drauf kann man sein Wahrscheinlich nur Ich werd es auch Das war es jetzt oder was Schnauze Hoppala Oh nein was ist das denn Eine Rüppeline Okay das ist einer dieser Scheißviecher die alles kaputt hauen Blöden Mistmaden Buzzelgum und Raisins Kann ich nicht verkaufen Hat zwei Stück Obst gegessen Die nünsten unterschiedlich Ich glaube was haben sie einfach erreicht Was? Wo kommst du denn jetzt her? Wo hab ich denn jetzt mein Wo Hä? Wo hab ich denn jetzt bitte schon zwei Buzzelgums her? Ich muss auf jeden Fall jetzt mir einen Köter besorgen Hat keinen Sinn mehr Das ist so unspannend irgendwie Jedenfalls gleich ein Häuschen für die Buzzelgums holen Und dann schauen wir mal weiter Dann krieg ich die vielleicht noch zu einem Techtelmechtel Wenn das noch so lange braucht Wir brauchen ein bisschen von deinem wertvollen Wir brauchen ein einzelnes Pinata Am besten ein bisschen von deinem wertvollen Ja Ähm Ja da haben wir schon einen Einpacken Manche Herausforderer Habt ihr es jetzt langsam mal So die haben sich jetzt beruhigt Das ist gut Ich werde jetzt mal eine Behausung für die Buzzelgums kaufen Guten Abend Siggi Was haben wir noch? Honig Korb Ist das jetzt eine Behausung für die oder Ist das eine Stätte um Honig herzustellen? Ne Das ist nämlich eine Behausung Richtig Richtig So In welche Richtung wollen wir es denn mal machen? Natürlich kann ich zahlen Weizel Staunig Du hast 18 Auszeichnungen erhalten Yay Freude Und jetzt Äh Was musst du nochmal machen? Ihr müsst äh Was fraisen Fruchte oder sowas Hat zwei Obststücke gegessen Leider Wirft mein Baum nicht mehr Von daher bin ich gezwungen Euch Obst zu besorgen Ich wusste, dass es sich lohnen würde Die Öffnungszeiten zu verlängern Herr Wein Ist das volles Alter Und seine Rötter So Friends Fräst mal was so vor so das Du Dreckstvieh! Du Dreckstvieh! Du Dreckstvieh! Du Dreckstvieh! Du Scheißdreckstvieh! Ver... Piss dich! Information. Jumping-Jong-Gesst, hab ich nicht. Also, erstmal verkloppen. Er hat's schon kaputt gemacht, diese dumme Sau. Piss dich jetzt, du blödes Vieh. Das ist das Letzte, was ich unbedingt haben will hier. So, du da hinne. Machen. Baumeister ist irgendwann mal fertig. Dann könnt ihr tatsächlich mit Mächte starten. Das Dreck, sie hat mir gerade noch gefehlt. So, ein bisschen noch was machen hier. Scheiße, den wollte ich aufhalten. Baumeister fertig! Ach, Leute! Ich wollte jetzt den fucking Techner Mächte machen. Ah, ich gucke so. Ah, ich gucke so. Willst du mich verarschen? Das ist unglaublich. Bescheuert, einfach nur du Schugge, Arzt angekommen. Verharmerst doch jetzt endlich mal. Ach du Scheiße. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ganz ehrlich, die Münzen können mich alle mal. Schön geschafft. Fett abdancen. Tschüüüüüüü. Toll. Pass auf dem 1 und 2 an mein Techtel möchte. Ergucknungsmeister. Bing. Schönes Ding. Haben wir ein Level geschafft. So. Es tut mir wahnsinnig leid, aber Baselgums sind jetzt nicht unbedingt, was ich drinnen haben wollte. Bunche. Miss. Ah, Katze. Das heißt, wir können jetzt das hier auch wieder wegschmeißen. Ich lasse das jetzt dann machen, wenn du mir direkt ziehst. Bunche. Mach das aber nicht. Vielen Dank, du Arsch. Hätte die Wege noch mal ein bisschen nach vorne gekommen. Stehst. Mach das aber nicht. Vielen Dank, du Arsch. Hätte die Wege noch mal ein bisschen nach vorne gekommen. Stehst. Mach das nicht, du Arsch. Schöne. 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 Juts. So haben wir die Bienenchen auch gemacht. Mit dem Bienenchen und dem Blümchen. Boah, witzig. Ein paar Mähnchen auch mal gemacht. Ein paar Stück. Machen wir hier die Wörns. Schöne. Das liegt jetzt ziemlich im Busch. Scheißvieh. Pignora ist geschlüpft. Freu mich sehr. Und fünf bis fünf bis fünf bis sechs bis fünf bis sechs bis zehn bis sechs princes. kriegen soll, weiß ich auch nicht. So, was hab ich hier verpasst. Um zu klicken. Das passt alles so. Schön.